Hallo, ich bin Selina Bardi. Willkommen in meiner Seite. Heute geht's um die Julina Hoffmann, meine Freunde. Heute fährt sie mal Bobby. Komm! Ich weiß, Kinders, aber egal. Hallo, richtig? Ich filme, ich filme, ich filme sie. Und go! Boah. Boah. Oh Gott, wow! Wie ihr gesehen habt, konnte sie noch nicht richtig fahren und ist ungekippt. Ich zeig euch einen Neustart. Zeig mir sie dir. Und Ball! Bye!